Wertes Publikum, der Meister. Die Mühle, sie malt mit Macht und Gewalt. Hallo, mein Name ist Joachim Gabriel Maas. Ich war 33 Jahre hier im Musiktheater im Revier als Spiel- und Charakterbass engagiert und ich mache jetzt die Partie des Meisters in Krabat. Eine wunderschöne Partie, weil er so herrlich böse und bösartig ist und gleichgültig allen menschlichen Wesen gegenüber. Schon gar seinen Gesellen, wie zum Beispiel Kito. Das geht er mich an. Das geht er mich an.